Die Evangelische Heilig-Geist-Kirchengemeinde in Delmhorst hat einen neuen Pastor mit frischen Ideen. Ja, mein Name ist Christoph Mart-Krunau. Ich bin jetzt seit dem 1. Januar Pastor hier in dieser Gemeinde. Der 29-Jährige nutzt im Internet den Hashtag WasPfarrerSoMachen, um dort aus seinem Berufsalltag zu berichten. Zusammen mit seinen Gemeindemitgliedern möchte er zum Beispiel Gottesdienste gestalten, in denen sich alle wohlfühlen und wiederfinden können. Jetzt in der Zeit, in der ich hier bin, möchte ich gerne mit den Menschen ins Gespräch kommen und einfach mal schauen, wie man alle ins Boot holen kann. Und dabei verwende ich auch das Internet. Auf meiner Webseite elektropastor.de kann man gucken, was ich in meinem Fahralltag so alles mache. Jung und alt sollen sich in ihre Kirche einbringen und ihre Kreativität entfalten können. Kirche darf nicht peinlich sein, findet Delmhorsts Elektropastor. Kinderer Heimat Tür. Untertitelung des ZDF, 2020